Bitte schön. Gut, vielen Dank für die Einladung. Ich mache das hier mal ein bisschen runter. Also ich bin, mein Name ist Michael Strober, ich komme von der TU Braunschweig. Ich kann auch an den ersten Redner unserer Session anknüpfen, dass ich überhaupt nicht aus dem Pflanzenschutzbereich komme. Und ich komme noch nicht mal aus dem Gartenbaubereich, sondern ich bin Landschaftsökologe und beschäftige mich aus einer ganz anderen Perspektive mit Stadtgrün. Also wir forschen zu Biodiversität in Städten und die Rolle von Stadtgrün und auch die Rolle von Stadtgrün zur Erbringung von Ökosystemleistungen, Ökosystem Services. Meine Qualifikation ist, glaube ich, wir haben letztes Jahr zusammen eine Tagung in Braunschweig gemacht zu Urban Grün, diese Urbane Pflanzenkonferenz. Und dort habe ich eine App vorgestellt, die wir eigentlich mal für die lange Nacht der Wissenschaft in Braunschweig entwickelt haben, sozusagen. Und ich bin privat auch Gärtner, vielleicht ist das auch noch eine Qualifikation. Ich hätte übrigens großes Interesse an dieser Schneckenhäckselmaschine. Ich möchte erst mal anfangen mit einem Exkurs in die Biogeografie. Wir hatten gestern schon diese Landschafts- oder diese ökologischen Ansätze. Da möchte ich damit einleiten. Dann wollte ich eigentlich die Garten-App zeigen. Das scheint nicht zu gehen. Mal gucken, vielleicht kriege ich das noch irgendwie hin. Dann wollte ich eine kleine Übersicht geben, über was es sonst noch so für Apps gibt in dem Bereich, ohne dass ich da irgendwie den Anspruch habe, das vollständig abdecken zu können und einen kleinen Ausblick geben. Gut, die Biogeografie, das sagt Ihnen vielleicht noch was aus dem Studium. Früher wurde sowas ja auch im Biologiestudium noch gelehrt. Das ist eine Theorie von MacArthur und Wilson aus den 60er Jahren, die sich Karibikinseln angeschaut haben. Und die haben festgestellt, so bestimmte Beziehungen, dass je größer so eine Insel ist, das sind verschiedene Inseln, desto größer ist auch die Artenzahl. Und dann haben sie noch Regeln gefunden, je näher eine Insel am Festland ist, desto mehr Arten gibt es. Und je weiter die weg ist, desto weniger Arten gibt es. Das ist so eine ganz grundlegende, ganz einflussreiche Geschichte, die wenig später schon angewandt wurde. Genau, das ist nochmal das Prinzip. Da hat man auch festgestellt, das trifft eigentlich auch für Landhabitate zu. Weil viele von denen sind irgendwie verinselt. Das ist hier Jared Diamond, den kennen Sie vielleicht von so Bestsellerbüchern, aber früher hat er auch mal wissenschaftlich gearbeitet. Er hat sozusagen im Feld, auf Neuguinea sehr viel mit Schutzgebieten und er hat auch festgestellt, dass sozusagen große Schutzgebiete deutlich mehr Arten beherbergen als kleine. Und er hat dann auch so Prinzipien abgeleitet, die dann später eine ganz große Rolle gespielt haben für so Prinzipien wie Biotopverbund oder ganz modern für so eine Konzepte wie grüne Infrastruktur. Ja, dass sozusagen große Gebiete sind besser als kleine oder wenn man schon mehrere kleine hat, dann sollten die näher beieinander sein. Oder so Korridore sind besser, als wenn Schutzgebiete vereinzelt sind. Gut. Interessanterweise kann man so eine Prinzipien auch anwenden, zum Beispiel auf Städte, Städte als Inseln sehen, dass sie sind verschiedene Städte mit Einwohnerzahlen in Millionen Einwohner. Und hier sind die Anzahl der Gefäßpflanzen, hier ist Berlin und hier sind kleine Städte, hier ist immer Braunschweig. Und da sieht man so eine Kurve, auch so je größer die Stadt, desto mehr Arten findet man dort. Also man kann das auch auf Städte anwenden und man kann das sogar in der Stadt, wenn man reinzuckt, auf Gärten anwenden. Ja, also das ist hier mal eine Studie aus Neuseeland, da gibt es aber eine ganze Reihe von Studien. Je größer ein Garten ist, desto mehr einheimische Pflanzenarten findet man da auch. Also das sind jetzt hier nicht die kultivierten Arten, sondern die sozusagen von selber dort vorkommen. Gut, je größer desto mehr Arten und natürlich ist es ein Problem, man kann Gärten ja nicht einfach vergrößern. Man hat festgestellt, die strukturreicher so ein Garten ist, desto mehr Arten findet man dort. Aber da kommt ganz schnell, kommt man wieder an diesen Vernetzungsgedanken, dass sozusagen der Artenreichtum allgemein in Gärten steigt, wenn die irgendwie vernetzt sind. Gut, und warum will man eigentlich Artenreichtum haben? Die Idee dahinter ist, dass wenn man Lebensgemeinschaften hat mit komplexeren Nahrungsnetzen, dass dann auch solche Aspekte wie biologischer Pflanzenschutz besser funktioniert. Es gibt gar nicht so viele Studien zu dem Thema, es gibt ein paar. Ich will da gar nicht ins Detail drauf eingehen, aber die meisten kommen zu diesen, zu den Schlüssen, wenn man irgendwie biologische Schädlingsbekämpfung haben möchte in Städten, dann muss man strukturreiche Vegetation schaffen, dann sollte das Siedlungsgrün artenreich sein und es sollte vernetzt sein. Also hier kommt wieder dieser Vernetzungsgedanke dazu. Dann wollte ich noch kurz darauf eingehen, es gibt wie gesagt nicht so viele Studien. Es gibt hier eine Studie von Mary Gardner und Frau Bergman aus den USA, aus Ohio. Die haben sich die Prädation durch Arthropoden angeschaut und haben auch festgestellt, dass die Rolle des lokalen Grüns ganz wichtig ist, wenn das strukturreich ist, aber dass es auch so Landschaftseffekte gibt. Und das ist eine ganz spannende kleine Studie. Es sind Ökologen, die können auch manchmal mit Knete basteln. Die haben hier so eine grünen Raupen verteilt in Zürich aus Knete und haben dann so Prädationsversuche gemacht, um zu schauen, wie der Prädationsdruck durch Vögel ist. Und haben dort ebenfalls festgestellt, ja sozusagen strukturreicher Garten, da hat man einen höheren Prädationsdruck und wenn ringsherum viel grün ist, wird diese Funktion noch erhöht. Gut, trinke ich mal einen Schluck. Ein Mechanismus dahinter ist eindeutig, oder ein Treiber ist die Vegetation. Das will ich noch kurz zeigen, eine Studie aus England. Die haben was ganz Spannendes gemacht. Die haben 450 Meisen gefangen und mit diesen kleinen RFID-Chips ausgestattet. Dann haben die in drei verschiedenen Stadtlandschaften so standardisierte Futterhäuser aufgebaut, an denen die immer eingescannt werden. Sozusagen wie in der Supermarktkasse wurden da die Vögel gescannt, wenn die die besucht haben. Und dann haben die geschaut, wie oft wechseln die eigentlich zwischen diesen verschiedenen Futterhäusern hin und her. Und das haben sozusagen eine sehr fragmentierte Landschaft, mittelmäßig und eine gut vernetzte Landschaft. Je dunkler hier diese Farben, desto höher ist die Vegetation. Also das sind Bäume sozusagen. Hier gibt es recht wenige Bäume, sehr isoliert und hier gibt es sehr viele. Und was die herausgefunden haben, ist ganz spannend. Man denkt ja gar nicht bei Vögeln irgendwie, dass für die diese Konnektivität wichtig ist. Das ist zumindest erstmal nicht so intuitiv. Aber natürlich die vernetzte Landschaft, da sind diese Meisen deutlich häufiger gewechselt zwischen den Futterhäusern. Und die haben dann hier so eine Netzwerke auch für diese, das sind sozusagen dieselben Punkte wie oben. Je größer, desto häufiger wurden die besucht. Und dann die Dicke der Linien sagt, wie häufig da Vögel zwischen diesen Futterhäusern hin und her gewechselt sind. Und da sieht man halt diese gut vernetzte Stadtlandschaft. Da gibt es auch einen Austausch von diesen Vögeln. Gut, nun ist ja die Frage, Stadtgrün ist, glaube ich, ähnlich wie die Agrarlandschaft, eine ganz komplexe Geschichte. Weil es dort sehr viele verschiedene, oder die Besitzverhältnisse sind einfach kompliziert. Das ist hier mal ein Gebiet in der Nähe von der Uni in Braunschweig. Das sind hier aus Luftbildern abgeleitet die Grünflächen sozusagen. Und wenn man da mal die Grundstücksgrenzen drüber legt, da sieht man, das ist teilweise extrem fragmentiert. Hier sind diese einzelnen Häuser. Hier das gehört der Uni, das gehört der Stadt. Hier gibt es eine Bahnlinie irgendwo. Also das ist ein ganz heterogenes Gemisch. Und deswegen, das ist eine Studie von vor zwei Jahren, die haben sich angeschaut, die Rolle des Stadtgrüns für Artenvielfalt. Und die haben das sozusagen zusammengefasst mit diesem Ausspruch, the tyranny of small decisions. Also wie kriegt man eigentlich diese ganzen unterschiedlichen Interessen und Besitzer irgendwie auf einen Nenner sozusagen. Und jetzt wollte ich Ihnen eigentlich die Garten-App zeigen. Vielleicht kriegen wir es doch noch irgendwie hin. Da sind wir doch. So, sehr schön. Also wie gesagt, das ist aus der Idee für so eine TU-Night entstanden. Die Idee dahinter war, wir würden gerne mehr informieren und auch unsere Ergebnisse sozusagen direkt zurückgeben. Wir machen da irgendwie Modelle, veröffentlichen die in englischen Fachzeitschriften. Da hat ja irgendwie der Bürger gar nichts davon. Und die Idee war auch für uns, dass man darüber auch so ein bisschen Informationen bekommt, wie sozusagen privates Grün irgendwie gemanagt wird. Weil man da ja auch gar nicht so viel über weiß. Also das gibt hier so ein Stück über so eine Karte, wo man dann seinen Garten suchen kann. Kann ich mal irgendwie mal reinzoomen. Gucken. Was hier zum Beispiel der Garten ist. Und dann kann man ein paar Angaben machen über Maßnahmen, mit denen man vielleicht Biodiversität fördert in seinem Garten. Es gibt hier, das ist eine Studie, das ist sozusagen alles hinterlegt mit Literatur. Das war letztes Jahr aus der Schweiz eine Studie, die sich mit genau diesen Bildern hier gearbeitet haben, wo es um Biodiversität in Gärten ging. Und da kann man sozusagen angeben, wie sieht jetzt eigentlich die eigenen Flächen aus. Dann, das interessiert uns sozusagen, was für Wildtiere beobachten die Leute da in den Gärten. Und dann geht man hier auf Berechnen. Und dann wird sozusagen im Hintergrund aus einer Datenbank, werden Vegetationsdaten in einer 1 Meter Auflösung aus einer Datenbank gezogen. Und man sieht dann hier den Garten sozusagen im Laserscan-Bild. Und dann sieht man sozusagen, wie viele Bäume gibt es da, wie viele Sträucher. Dann gibt es hier vielleicht so einen schlauen Satz, Sie könnten auch mal ein bisschen mehr tun für die Strukturvielfalt. Und dann sieht man sozusagen, wie viel Kohlenstoff ist da gebunden in der Vegetation. Wie ist die Kühlung an einem Sommertag? Was macht man selber für Tiere und Pflanzen? Da sieht man hier, ich habe da oben nichts angegeben, deswegen würde jetzt hier kommen, Sie könnten auch mal ein bisschen mehr tun. Und dann, das ist ganz spannend, da sieht man, das ist so ein Konnektivitätsmodell für Eichhörnchen. Ja, also wie kommen Eichhörnchen in der Stadt von A nach B? Und die brauchen natürlich hohe Bäume. Und man sieht dann sozusagen, ob der Garten potenziell ein wichtiges Verbindungselement ist für diese Tiere. So, und dass die Idee dahinter ist, ein bisschen zu verdeutlichen, dass der Garten halt eine Rolle im Stadtökosystem hat und nicht irgendwie nur so eine Insel ist, die man selber irgendwie bewirtschaften kann, wie man will. Und dann kann man das sogar als PDF exportieren und auch speichern. Wenn man damit einverstanden ist, dann bekommen wir halt Angaben darüber, wer hat überall Eichhörnchen beobachtet oder sowas. Genau, das habe ich mit meiner Kollegin zusammen gemacht, Anne-Kathrin Schneider. Und das Spannende ist eigentlich, dass wir das alles mit Open Source Software umgesetzt haben. Also das ist, das planen wir dann auch zu veröffentlichen, den Code dazu. Und das ist sozusagen das Spannende daran, dass man das sozusagen auch weitergeben kann. Genau, bin ich ja froh, dass das geklappt hat. Sonst wäre der Vortrag ein bisschen trocken geworden. Gut, ich habe mich natürlich dann auch nochmal umgeschaut. Was gibt es denn eigentlich so für Apps im Gartenbereich? Ich habe da bisher immer nur das, ich habe noch so ein Buch von meinem Opa, der einen Rat für jeden Gartentag. Da schaue ich ab und zu rein. Das steht auch im Garten in der Laube. Aber als ich mich dann damit beschäftigt habe, dachte ich, es gibt doch ein paar sehr spannende Anwendungen. Ein paar davon haben wir ja auch hier schon gesehen, dass man sozusagen für Landwirte, weil jeder hat ja sozusagen immer einen Taschencomputer dabei mit mittlerweile sehr guten Kameras. Und da gibt es wirklich sehr viele Anwendungen. Ich habe natürlich angefangen mit der Bienen-App, die ja in dem Sinne erstmal nichts mit Pflanzenschutz zu tun hat, sondern mit Nützlingsförderung. Die ist hier vom BML. Die bietet Informationen zu Bienen, das ist ja eine interessante Nützlingsförderung, Informationen über Pflanzen, die Bienen fördern. Man lernt was über das Imkern. Es gibt einen kleinen Quiz. Genau. Und die Installationszahlen, die habe ich mir mal geben lassen. Das ist so im fünfstelligen Bereich für Apple. Zum Beispiel, da kann man das nicht genau feststellen, weil da muss man ausdrücklich zustimmen, dass das sozusagen die Nutzerzahlen weitergegeben werden. Aber mir wurde gesagt, das sind ungefähr 13 Prozent der Nutzer, diese 2400. Also ist das auch irgendwas im fünfstelligen Bereich. Es ist eher eine statische App, aber es gibt ein Feature, dass man auch hier so Bienen-Selfies machen kann. Das ist sozusagen ein spannender Aspekt. Gut, eher zum Thema. Es gibt auch aus dem Hause vom Bundesinformationszentrum Landwirtschaft, gibt es eine App Nützlinge im Garten. Da kann man, das ist ein Bestimmungswerkzeug für Pilze und Tiere, ungefähr 70 Nützlinge. Und das wird dann auch in Bezug zu Schädlingen hergestellt. Und es ist sozusagen, wo die Antagonisten sind. Es gibt Informationen, wie man die fördern kann. Und da sieht es bei den Installationszahlen auch so aus im fünfstelligen Bereich. Wobei natürlich, das weiß man immer nicht genau, Installationszahlen sagen natürlich nicht so viel aus über aktive Nutzer. Also da sieht man dann eher nur im vierstelligen Bereich. Genau, und das ist auch eher eine statische App. Also da gibt es keine Interaktionen oder sowas. Dann habe ich eine App aus dem privaten Bereich, die ich ganz spannend fand, weil das sozusagen eine Zusammenarbeit ist mit Praktikern. Das ist der Gartenratgeber. Und manche von Ihnen kennen das bestimmt. In Bamberg gibt es diese Bamberger Gärtner. Da gibt es sozusagen in der Stadt historische Gärten. Das ist, glaube ich, auch Teil des Weltkulturerbes. Und in dieser App werden sozusagen Gartentipps von Profis gegeben. Es gibt so einen Pflanzalarm, der dann darauf hinweist, wann man bestimmte Sachen machen soll in seinem Garten. Es gibt sogar Videos. Das Ganze, schätze ich mal, wird finanziert über Werbung. Also da gibt es so eine kleine Einblendung mit Werbung. Und die Installationszahlen, ich habe da telefoniert, die sind noch nicht aussagekräftig, da die App gerade erst grunderneuert wurde. Aber er meinte, das läuft eigentlich ganz gut. Und der Anbieter meinte, das Spannende ist halt dieses Dynamische, dass da regelmäßig die Praktiker Tipps geben und dann mal ein Video ist, um sozusagen die Aufmerksamkeit immer wieder darauf zu ziehen. Und dann, was sozusagen ganz in den Pflanzenschutz geht, ist natürlich die Pflanzendoktor-App. Ich weiß nicht, ob das der eine oder andere sich mal angeschaut hat. Das ist an sich eine ganz spannende Sache. Die ist sehr fokussiert aufs Thema. Und die ermöglicht erst mal das Suchen nach Pflanzenart. Und die hat eine Chartbildliste. Und was aber das Spannende ist, die hat auch so eine Möglichkeit für eine automatische Fotoidentifikation. Dass man da das Foto macht und dann, wenn man Glück hat, wird einem dann gesagt, wer der Erreger ist und was es da von Neudorf gibt, um das zu bekämpfen, sozusagen. Und die haben halt auch aber eine Möglichkeit, dass man selber ein Foto machen kann und dort einsendet und dann so eine Expertenbewertung kriegt. Und das ist, da meinten die, das läuft auch sehr gut. Und dann bin ich noch auf eine App gekommen, zu der ich leider noch nicht viel sagen kann, weil das hat dieses Jahr erst begonnen, so richtig. Die Mein Grün-Web-App, die wird entwickelt vom, also federführend vom Institut für ökologische Raumplanung in Dresden. Und das ist gefördert vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur und da geht es um Stadtgrün, aber eher um Aspekte der sozusagen Wegenetze und wie nutzt man so Stadtgrün. Und da geht es jetzt nicht um ökologische Funktionen. Genau, ich bin noch nicht fertig. Gut. Damit bin ich auch schon beim Fazit, ganz passend. Also ich glaube, das Potenzial von solchen Apps ist riesengroß. Also diese automatische Bilderkennung wird immer besser. Fast alle haben so ein Smartphone immer dabei. Die Netzabdeckung wird besser. Ich habe selber jetzt dieses Jahr entdeckt, die App Flora Incognita, das ist von der TU Ilmenau, eine Pflanzenbestimmungs-App und das ist ganz unglaublich sozusagen, wie gut das doch funktioniert. Und dann, ich glaube, wenn man das verknüpft mit Portalen wie dieses nebenan.de-Portal, die haben über eine Million Nutzer, dann hat das, glaube ich, also sehr großes Potenzial. Ich glaube, einfach so eine Einzel-App entwickeln, die nur eine Sache kann, das ist wahrscheinlich nicht so zielführend, aber wenn man sich so andocken kann an bestehende Netzwerke, ist das, glaube ich, ganz besonders spannend. Genau, da sind wir schon bei den eher negativen Sachen, dass so gute Apps eher eine Daueraufgabe sind und die müssen immer wieder überarbeitet werden, an die Designansprüche angepasst werden, die Funktionen müssen irgendwie zeitgemäß sein, die Handy-Versionen ändern sich ständig, müssen aktualisiert werden. Das heißt, das sind längerfristige Finanzierungen nötig und daran kranken immer solche Apps, die aus dem wissenschaftlichen Bereich kommen, weil da gibt es halt eine Projektförderung und dann war es das sozusagen. Was für uns wirklich eine ganz große Hürde ist, ist diese mangelnde Datenverfügbarkeit. Und das ist natürlich eine Ländersache, das ist in Niedersachsen ganz, ganz schwierig. Wir haben da großes Glück, dass die Stadt Braunschweig uns da unterstützt, dass solche Geodaten wie diese Laserscan-Daten und Luftbilder einfach, dass man dafür sehr viel Geld, die kaufen muss beim Land, obwohl man eigentlich über das Land auch finanziert wird. Für uns ganz spannend, da weiß ich nicht, wohin die Reise geht, was bringt dann das eigentlich als Wissenschaftler, wo sozusagen im Endeffekt dann doch solche Zitationsindizes zählen und internationale Publikationen, was bringt dann das, wenn man da seine Zeit damit verbringt, so eine App zu basteln. Vielleicht tut sich da viel, es gibt ja mittlerweile auch Fachjournals in dem Bereich. Gut, und um uns noch ein bisschen selber zu loben, die Potenziale der Garten-App. Das Spannende ist, glaube ich, wirklich aufzuzeigen, dass der Garten irgendwie eine Rolle im Ökosystem spielt und dass man das natürlich beliebig erweitern kann, zum Beispiel um Aspekte des Stadtklimas oder man könnte das auch kombinieren mit einem Förderprogramm zur Begrünung von Privatflächen, das immer mal wieder durch das Grünflächenamt in Braunschweck geistert, diese Idee. Genau, und wir sind sehr gespannt, was sich sozusagen aus dem Weißbuchprozess ergibt, wo genau diese Punkte drinstehen, Citizen-Science-Ansätze, Bewusstsein, private Akteure, Schärfen und Forschungs- und Modellvorhaben durchzuführen. Genau, und damit möchte ich auch enden. Vielen Dank. Vielen Dank.